So, das ist die nächste Folge, direkt hinterher. Wir waren ja auf einem guten Weg, aber irgendwie verbassel ich das am Schluss immer nochmal. Also, muss ich vorher unter das Bett? Hat das überhaupt Sinn? Aber erstmal, können wir unter das Bett? Ja, grundsätzlich geht das. Ja, 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 ja. Ich renne gegen ihn, was ist denn das? Ja, na gut, Freude anfahren, ne? Lalalala, lalalala, lalalala. Ich. Wie gesagt, würde ich den Schlüssel jedes Mal richtig sehen. Oder wir lassen den Schlüssel einfach mal ganz sein. Ich hab ne Idee. Genau. Einfach unter das Bett rennen. Das ist die Idee. Sister? Jetzt, wo ist denn der Schlüssel? Wo ist der Schlüssel? Hallo? Ja, super. Ist das jetzt ernst? Ach, da ist er. Kommt er wieder rein? Ja. Ach, da muss ich erst mal drauf kommen. So, bitte, bitte, speicher jetzt. Ja, bitte, bitte, bitte. Wir warten hier mal was er macht. Ach nee. Nein, 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 nein. Nein, das war so gut. Aber bitte, den Schlüssel hab ich, oder? Den Schlüssel hab ich. Ich bin unten mit dem Schlüssel. Ich bin unten mit dem Schlüssel. Ich hab keinen Schlüssel. Es ist nicht wahr. Ne, sag mir bitte, dass es nicht wahr ist. Ich habe keinen Schlüssel. Oh Mann. Okay. Nur drei Folgen. Ich habe es ja gesagt. Und der Zuschauerpegel hält sich dann auch durchgängig auf Null. Warum bloß? Das ist ja gut. Ja, geh raus. Das ist ja gut. Ach ja. Es ist anstrengend. Anstrengend. So, erstmal da warten. Okay, und jetzt? Dann macht er was. Und jetzt geht er die Richtung. Jetzt geht die Richtung. Oh mein Gott, ist das so aufregend. Oh mein Gott, ist das so aufregend. Geh jetzt weg bitte, irgendwo hin. Boah, ist der ekelhaft. Nee, bitte nicht. Nee, bitte nicht den Fisch jetzt würzen. Nee, er geht da hoch. Dann... Dann... Dann geht er da runter. Und... 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 Dann geht er da runter. Nee, 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 nee. Dann geht er da runter. Das ist nicht wahr, oder? Das ist nicht wahr. Ist die Tür auf? Oh Mann. Ich warte nicht mehr. Und wie sitze ich da unten ohne Schlüssel? Natürlich ohne Schlüssel. Es geht ja auch gar nicht anders. Das ist zum Kotzen. Aber ich weiß es gut. Sobald der Schlüssel auf ist, nehme ich nichts mehr in die Hand, sondern rennen. Er macht es nämlich dann auf. Und ich kann da warten. Ja, genau. Verrenne mich doch hier. Jetzt am besten noch gegen die Spieluhr oder so. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Wo gehst du hin? Was? Nein, das ist genau falsch. Yo! Ich bin der ZDF, 2020 Neh, oder? Alter. Was ist das? Super. Okay. Jetzt. Ah, ich sehe es. Oder? Nein. Was? Ich habe eine Idee. Okay. Ach Gott, ne echt. Das war sonst keins mehr. Da ist halt nichts. Wenn da mehr wäre. Aber was kann ich denn sonst hier machen? Ach, das geht doch. Das war's. Das war's. Das war's für heute. Das ist nichts, aber da haben wir dann noch was mehr. Wieder rein, wieder runter. Das ist unfassbar. Ich muss mal ganz kurz was nachschauen. Moment gerade. Mein letzter Zuschauer hat sich auch noch verabschiedet. Wenn ich null Zuschauer sehe, weiß ich, dass mein Monitor nicht mehr funktioniert. Und jetzt gibt's wieder Würstchen. Wie zwei. Das reicht aber nicht, oder? Nö. Noch eins. Okay, wo kriegen wir jetzt noch eins her? Ja. Ja. Mhm. Okay. Da bin ich relativ stolz drauf. Es ist schon sehr eklig, dass der da draus jetzt eine Wurst macht. Ich hoffe, das reicht jetzt, oder? Ja. Mhm. Mhm. Ich habe die Befürchtung, dass nicht, aber egal. Mhm. Ja. Reicht das jetzt? Ja. Ja. Wow. Ich will jetzt sofort einen Speicherpunkt. Ich glaube, da kommt auch einer. Da kommt auch einer. Mein Daumen ist schon ganz wund. Aber ich bin auch gleich fertig. Na, wo ist das hier? Ja, das geht. Ja, ist ja gut. Mhm. Okay. Und nun? Ja. 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 Boah. Boah. Ist das schlimm. Vor allen Dingen ist es da sehr kalt. Oh. Und vor allen Dingen stört der Mauspfeil. Aha. Och, nö. Komm. Ach, gut. Boah. Ja, doof. Boah. Warum mache ich das? Gut. Das lasse ich mir gefallen. Wir sind ja auch jetzt bald durch damit. Boah. Okay. Also, wir befinden uns dann auf das Ding. Ich muss die Angelegenheit zu sein. Die Angelegenheit zu treffen. Wie ist das? Ich glaube, ich habe einen Besuch im Moment. Ich habe den Fall. Ich hab das hier. Käse. Dieses Atmen, ist der so widerlich. Oh nein, hallo? Ah, okay, alles richtig. Oh mein Gott, ich will da nicht raus. Was macht denn der, wenn ich jetzt hier warte? Aber sagen wir mal so, wir sind hier schon gut vorangekommen. Ich habe einige wirklich üble Stellen gemeistert. Oh nein. Natürlich Quatsch, naja komm. Nochmal irgendeine Scheiße? Nein, das ist gut. Oh, das sieht mich da. Unter den Tisch komme ich auch nicht. Vielleicht unter den anderen und warten. Komm ich da durch? Ohne zu sehen. Nein. Ja toll. Oh nein. Steuerung. Nochmal. Ja, ist gut. So. Einfach durchrennen. Nein. Nein. Ich weiß. das. Dieses Atmen. Dann warten, bis er sich dahin dreht. Dann gehe ich weiter. Dann gehe ich weiter. Dann mach weiter. Dann gehen wir weiter. Dann gehen wir weiter. Dann gehen wir weiter. Dann gehen wir weiter. Oh Gott. Okay. Nein. Ja toll, was soll ich machen? Warum zittert der jetzt so? Wenn ich da reinspringe, ist das doch doof. Nochmal so da lang. Das ist die letzte Aktion für heute. Ich sehe das schon als unseren Startpunkt von nächstem Mal. So, warten. So, die Frage ist, was mache ich hier? Geht hier noch irgendwas anderes? Kann ich da drunter? Nein. Kann ich da drunter? Ja. Kann ich da was gegenwerfen? Gegenwerfen? Nein. Der Quatsch geht da hin. Der Quatsch geht da hin. Alles klar, wir wissen unseren Speicherpunkt, das war's für heute. Drei komplette Folgen und wir sind ja gut weitergekommen. Die Stelle hier, die schaffen wir auch. So, weiter. Wo ist der Kontrollpunkt? Das ist der. Alles klar. Dann zurück zum Desktop. Und das war dann schon mal das Erste. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute.